Neuerarten von Gamern, die hier von uns kennen Nummer 3 Der, der immer weg ist oder was zu essen Ich hole kurz was zu essen Nicht wirklich jetzt Ah, du nervst, kann ich dich kennen? 6, 1,5 Stunden später Ah, was denn? Ich muss gut meinem Vater helfen, ich bin gleich wieder da Nummer 2, der immer Ausreden sucht Das ist egal, du hängst doch alles auf Scheiße, Junge Ich steig gerade bei der Einstellung in ein Ich hab keinen Bock mehr, Digga Nummer 1, das ist Fortnite-Kiddy Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das schien?